Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu Another Brick in the Mall! Wir starten wieder ins Spiel. Ich habe ein bisschen laufen lassen. Ich habe wirklich lange laufen lassen. Load Game. Um auf 45k Gold zu kommen. Oh, eben. Hier ein bisschen umräumen. Das Keypad zur Seite. Ich habe nämlich gerade ein Ründchen Overwatch gespielt. Ich bin ein bisschen Overwatch-süchtig. Das zur Seite. Das zu mir. So, jetzt können wir. Wir stellen wieder auf schnell. Wir stellen wieder auf schnell. Und ich wollte ja hier so einen kleinen Store hinbauen. Die Frage ist, wow, aber ich glaube, ich baue das hier hin. Das ist jetzt so ein kleines Klamottengeschäft, glaube ich. Mit einem Lager hinten dran. So. Äh, Manage. Wir brauchen ein Bilder. Alle nicht so geil. Außer umlaufen. Und. Objekts. Und. 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 Und ein paar Klamotten, die hier reinkommen. Okay, das geht noch nicht. Alles klar. Ich bin's schön jetzt hier auch mehr essen zu geben. So, Tag vorbei. Ich würde sagen, wir bauen hier direkt mehr, wobei, wenn wir das machen, dann haben wir wieder kein Geld für die Einrichtung, also lassen wir das lieber. Ach ja. Los, Tag, beginne. Das ist aber furchtbar, der Knopf hier oben, der tut mir immer weh, wenn ich mein Headset aufhabe, scheißdreck. Oh gut, der baut schon. Da ist es gut. Schnell ist der auch nicht gerade. Der hat gleich Feierabend und hat gerade mal die Hälfte geschafft. Toll. Oh Mann. Ich sehe schon, das wird ein sehr langwieriges Unterfangen, diese Maul aufzubauen. Nächstes Mal muss ich auch etwas schlauer sein. Ich sehe schon, das wird ein sehr langwieriges Unterfangen. So, das bisschen hat immerhin schon mal fast 10k gekostet. Krass. Und gestern gab es kein Plus. Nur wegen den Bildern. Schmeißen wir direkt danach wieder raus. Aber wenn du mal ein bisschen einfacher ist. Gute Arbeit hat wieder Oh Gott, das wird ja nie zu Ende, Schatten. Oh bitte, mach die noch fertig. Alle. So. It's a store. This is a storage. Manage. Store. It's M and H and M and H. Higher cashier. Higher stock clerk. T-Shirts, pants, dresses, shirts, jackets, goats. Das muss bleiben. Also das reicht. Würde ich sagen. So, kurz Pause. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt. Assigned storage. Der da. Okay. Ich hoffe, dass der jetzt dann heute schon öffnet. Ich finde, das muss rot sein. Das ist grün. Ach so, die kaufen wir doch schon wieder im Alkoholladen ein. Diese kleinen Säufer. So, wir sind tatsächlich auf 10k runter. Aber wir können unseren Bilder wieder rausschmeißen. Das ist grün. So, dass sie sich die Kayquere im Alkoholas haben. Wasser ist deswegen drin. ese, ich weiß nicht. Als ob wir Minecraftтерnaum debrief haben. Alles, was das ist passiert. Es wäre so wichtig. Das ist ja gar nicht. Ich muss vielmals mehr. Große. Genau. So, wenn du rauskriegst. Und dann wieder. Wenn du rauskriegst. Und dann wieder das. So, dass ich es ein bisschen mehr. Ja, das ist. Es ist größer. Ich weiß nicht, ob ich die Ancestikers habe. Ich weiß nicht, ob ich die Ancestikers habe. Ich bin erstaunt. So ein bisschen. Dann können wir eigentlich weiterbauen, ne? Okay, da kann ich das sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also kann der eigentlich genauso groß sein. Wie groß ist der denn? Neun mal zehn. Und das bleibt ne Wand. Und den machen wir komplett hier hinter. Das bleibt ne Wand. Das bleibt ne Wand. Auch ne Wand. Und da kommt auch ne Wand hin. Jetzt müssen wir wieder nen Bilder einstellen. Voll dämlich. Wobei ich fast nicht glaube, dass der heute noch anfängt. Oh, Entschuldigung. Geil. Hier geht die Wand hinweg. Geil. 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 Ich bin jetzt direkt in der Wettbewerbe. Was ist das? Krass. Okay, cool. Oh, 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 oh. Okay, I'm dead in here. Okay, mein Wilder baut schon mal wieder. So, let's go. Start. Storage. Manage. Start. So, let's go. Uranus. Is that good? Manage. Uranus. Okay. Manage. Uranus. Manage. No, we don't need to. We need to build that first. So, another... Die Kasse, die da unten hinkommt. Eine Stuff-Door. Eine... ...doppelte Tür da. Okay, wir machen das vielleicht ein bisschen größer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wir werden den wahrscheinlich vergrößern. Genau, jeweils zwei davon und da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben tatsächlich. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, vier, fünf, sechs. Okay, die Tür will ich da auch nicht haben. Noo. Noo. So? So? Huge... Oratorials So, ja, da rollt mich ein bisschen größer noch was ich machen möchte, jetzt kann ich weiterhelfen in der Zeit. Ich bin da eh schon zu wissen, so muss ich wissen. Ich hab noch einen. Und so. Und. 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 Ja. Okay. Und. Hm. Aber machen wir trotzdem so, auch wenn es nicht so schick aussieht. So. Ja, das können wir gleich machen. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ihr seht das hier beim nächsten Mal fertig. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye bye little baddies.